Die Uni ist knapp. So, wo wollen wir rein? Ja, wir sagen ja C. C, sagt er, gleich mal ihr Konter-Attack. Konter-Attack-Ski, ihr schönen Grabenkämpfe. Das ist doch die Map aus dem allerersten Trailer, oder nicht? Ja, würde ich auch sagen, ja. Ich warte noch ein bisschen auf dich, bis du aufgeschlossen hast, ja? Okay, da stützen. Alter, sich das anwirkt. Ich komme über die Brücke. Ich glaube, es wäre sogar interessant, wenn wir mal den Squad aufmachen würden. Vielleicht kriegen wir dann auch noch mal ein paar... Wow, Spätpanzer! Pech, Deluxe. Ich laufe mein Leben, sorry. Ja, ist auch besser, dann spawn ich bei dir. Macht ja keinen Sinn, wenn du hier jetzt aufverrückst. Ich sag mal, wenn du da bist als Herrler so. Ich guck rechts. Naubar, sauber, ich lauf. Jo. Beide wieder dieselbe Granate rausgehauen, oder? Wir haben 4 Dora verloren. Dran. Ich bin auch dran. Alter, hier sind noch zwei oben. Zwei oben bei mir. Fuck this shit. Ich versuch, ich versuch, ich versuch, mir dieses one. Ich versuch mir dieses one. Alter, hallo. Wie du hier? Nein, was hab ich getan? Bin da. Einen hab ich. Einen hab ich. Einen hab ich. Hier oben ist vielleicht noch einer. Ich schau mal rein. Nee, ist sauber. Ist sauber. Hier rechts von uns, rechts von uns auf jeden Fall. Unten, ja. Wow. Ich guck im Haus drüben. Oh komm, spring da rüber. Kacksspiel. Wahrscheinlich hier in der Scheune nebenan, wa? Keine Ahnung, schau mal hier rein. Ja, genau, die meule ich. Aber... Sieht auch safe aus. Alter, meine... Meine Buchse ist voll. Haha. Ich frag mich auch, wo campt die Sau schon wieder? Ich geb dir Deckung, ja. Irgendwo campt sich die Sau hier doch einen ab, ey. Das sind zwei, auf jeden Fall sind das zwei. Hier, ich hab einen gehabt. Links, außen war noch einer. Ah, er kommt rein. Nein, ich hätte Schrot verhüttet, was war das? So wie... Ja, der Pisser bewegst mich, ey. Aber nice. War schon nicht schlecht. Lass uns so schnell bei C swanen, so schnell wie möglich. Falls wir's können. Jo, ich swanen. Bin da. Ja, du bist unter Beschuss. Ach, scheiße. Was? Weg ist er. Äh, die Granate ist aber irgendwie echt... irgendwie... Du bist ein kleiner Camperloch. Ich weiß doch, dass du hier bist. Gehen wir hoch? Hinten, rechts, rechts! Nice, bro! Booyaka, booyaka! Oh, da ist noch einer! Was? Ne, hier, safe. Safe. Ich hab nicht so viele Buchsen mit, ey. Ich hab Medikamente für dich. Wie, immer noch safe? Ja. Pesta hört sich so geil an, wenn die explodiert, ey. Brem, brem! Oh, los geht's! Warte, wie war ich das nochmal? F1, F2, F3. Wow! Jetzt kapst's. Wo sollen wir denn hin? Was, von hinten? Nein, wo sollen wir hin? Ach so! Entschuldigung. Äh, warte. Äh, wie war ich das denn jetzt nochmal? Wow! Alter! E, auf E-Mil, 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 links von uns. Waaah! Ah, da ist, schade! Wenn wir kommen, dann... Ey, was schreist denn so? Ich geb Deckung, da! Seht ihr das? Seht ihr das? Mal gelaufen? Ja, ich hab ihn auch... aus den Augen verloren. Da, wo die Smoke explodiert, ist rechts von uns. Ey, wir sind hartkost! Alter! Wenn wird's das an Szene pennen! Achtung, wer von gerade an da! Ich bin irgendwie reingekommen. Ja, eben gerade. Ich entschuldige irgendwie nur so ein leichtes Fistern im Hintergrund ziehen. Was das denn? Was ist das denn? Hey, die Wehrmacht freut wieder auf! Wir haben vier Fälle! Den wollen wir nicht! Dieser wurde schon wieder eingenommen, weißt du? Es ist so... Lolo Bobo! Alter! Come on! Ist das schön? Erzähl mal den Zuschauern mehr davon. Ach, warum? Fort 20, Mann! Ist so! Ich brenne! Hier ist unten Wasser, ich jumpe gleich rein. Jo, ich bin dabei! Wow! Wir gehen auf A! Wir gehen auf A! Ja, wir gehen auf A! Jo! Oh, du kannst bei Overwatch nehmen. Die Overwatch holt grad 62% schwein! Oh Mann! Das ist bezahlt, Alter! Das heißt? Ja, aber ich habe das Spiel schon. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt kostet. Ich glaube, ich guck mal, ob wir das angucken bekommen. Sieht sicher aus, ich... Sieht es nicht sicher. Vorsicht! Das ist Gefahr! Das heißt, wenn es zu 62% reduziert ist, Gauder, musst du dir das leider holen. Der war für. Hier ist oben ein Abhaus bei mir drin. Hier, hier bei mir, hinter uns war einer. Ich versuch den gerade... Was ist da hin? Noch nicht. Der hat sich in Luft aufgelöst, keine Ahnung. Ich traurig. Hinter deinem Haus! Ah, er hat 88. Hat nichts mehr. Er rennt um dein Haus rum. Ich liege jetzt unten. Falls du da nicht rankommst. 4,25 Euro. Ich bleib hier oben stehen. Nein, 24 Euro. Nein, 24 Euro. Ey, könnt ihr mal bitte... Äh, irgendwie... Ich höre nichts. Äh, wir müssen wir uns mal unterschieben oder so. Einer dort. Guck mal, 2. Woah. Woh! 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 Schreck mich doch nicht so! Tisch! Puh! Einer gammelt hier noch auf jeden, ey. Minimum. Müssen wir doch mal wieder hier... Durchsuchen. Ah, der ist hier bei mir. Glaub ich zumindest... Ja, er muss hier sein. Der ist oben oben. Hat... Er hat nur noch 50 HP. Der guckt gerne runter. Da waren 2. Fuck it! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Okay, dann, das musst du sofort wieder spawnen. Ich bin erledigt! Helft mir! 173... 256... Fatal injury bled! Ja, wenn du es schaffst, äh... Ich bleib liegen solange. Ach, scheiße! Ne, ich bin... Scheiße! Helft mir! Ich kann bei 10 nicht spawnen, weil Objective Lust... Oh. Ah, der hat mehr die Kraft zu ordentlich. Mach eifer. Mach eifer und komm zu Fuß. Ne, gar nicht zu Fuß. Ich hab hier einen fetten... fetten Hobel! Hobel, Hobel! Mehm, mehm, mehm. Run an die Front! Woah. Feier halt zum Glück was... Ich brenne! Ich brenne! Ich brenne! Als... Ich hab... Das Ding kann schwimmen, ey! Fuck it! Geil! What is happening, man? Oben in der Scheune ist einer drin! Seht ihr? Ja, Alter! Hinten sind welche! Gefährlich, oder? Äh... Ach, da... Da liegst du? Okay, warte, ich komm, ich komm! Ja, versuch! Sprech! Hier kein... Ah, lol! Was ist das denn? Was ist das denn? Ich dachte, das wäre ein Gegner... Ja, ich hab ihn schiebt, genau! Aber... Okay, ist clear, ist clear, ist clear! Äh... Wir haben viel Cäsar erobert! Witzig! Achso... Brerbärb... Brerbärb... Brerbärb! Brerbärb! Oh Mann... Ja, er... Profi... Er ist richtiger Profi... Ach, jetzt wo ich aussteige, fährt er weiter... Äh... Geiler Dude, alter... Wir können immer noch gewinnen, Soldaten! Eure Befehle sind da! Der Oberkampf zu! Alter, ich saß die ganze Zeit auf dem Auto vorne drauf. Das ist voll schnell! Granate für sie! Halt still, das haben wir gleich! Alter, diese Bäume! Ich fühl mich wie bei Rising Storm! Ist so! Schreibe! Schön durchgedick ich dir! Erste Hilfe, greif zu! Links oben, Brücke! Ich hab Marker gesitzt. Ein paar Frechdachse schießen hier runter. Ich bin für dich da! Hast du gesehen, Anti, links? Links von der Brücke kam einer. Augen auf! Da drüben ist Gefahr! Mann! Komm mal! Vor mir einer auf jeden Fall! Versucht sich schon einer an mir? Ne! Zum Glück hast du nicht! Alles! 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 Was der Meister selber machen hier! Kann nicht! Wir fahren zu D! 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 Da sind voll viele Leute unter der Brücke! Unter der Brücke! Unter der Brücke! Ich gucke! Ich sehe niemanden! Da! Hier! Warte! Warte! Ich markiere! Da oben sind die! Hallo! Gabin! Da oben! Da oben! Da oben! Da oben! Da oben! Da ist noch einer irgendwo! Achtung! Panzer hier von rechts noch! Der... Glaube ich! Der wird hier noch sein irgendwo! Der ist schon gut am Burn! Vorsicht! Panzer! Ah! Achtung jetzt! Das ist gefährlich! Ich bleibe hier jetzt erstmal sitzen und warte bis die Eingenommen ist! Da drüben! Bleib wachsam! Ich kann die Kämpfen! Alter ich komme zu dir! Ah gut ihr seid ja direkt auf der Fahne drauf! Jo! Brauchen wir doch gar nicht! What is happening? Ich komme hinter dir! Ich wollte nur den einen hier! Ja ja ich weiß ich weiß! Aber ihr lässt sich nicht bewriben! Alter richtiger Spaß hier Alter ohne Witz! Ohhhh! Das hast du... Oh mein Gott! Äh... Wir gehen zu Gustav! Derry... Gustav Mann! Da geht's ja! Overlook! Nice! Bei uns ist auf jeden Fall schon einer Down von unseren Leuten! Ach man! Ein hast ja nichts geworfen! Han Karnate geworfen! Woah! Ich seh den, ich seh den nicht! Ich seh da nicht! Woaa! Woah! Rechts in Graben! Das da! Dort müsst ihr vorsichtig sein! Einen hab ich. Nice. Wir haben die Helfer übernommen. Wuhu! Da macht unser Team erstmal hier für die Breakdance-Moves. Keine Sorge, ich halte für dich. Nice, Bro. Panzer! So, ist gesmogged. Prozessiert euch! Zielsäser ist voll und an! Ach ja, ich wollte ja das Quart die ganze Zeit auch noch aufmachen, ey. Fucking off. Alle gucken den Panzer an. Ja, Mann. Ich war mir jetzt aber erst auch nicht sicher, ey. Oh, und sieben vorne, wir gehen hier. Wow. Ey, der hat so oft die Trasse gekriegt, ey. Ich hasse Stäune! Godfrey! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020